So, hallo Leute und herzlich willkommen zum, wo ist es, zum nächsten Teil von der 24-Hour-Amnesia-Story. Ich möchte gern starten. Amnesia, Amnesia the Geisha. The penis-wet-wagina time. Ja, diesmal wieder alleine, diesmal auch komplett auf Deutsch und ich werde jetzt die Aufnahme starten. Sorry, ich brauche das halt zum Synchronisieren, sonst hört sich das komisch an. Ähm, ja, wir starten mal. 24-Hour-Amnesia, okay. Spiel laden. Ich denke nämlich, dass er eben automatisch gespeichert hat. Ja, ich habe doch eben gespeichert. Also nehmen wir die Eingangshalle, die wir zuletzt hatten. Das war am 18.06. kommt das hin. Ich hoffe, es wünscht mir Glück. Drückt mir den Aumen, aber nicht so fest, ich muss ja noch spielen können. Hehe. Okay, sorry. Ja. Doch, 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 das scheint die Stelle zu sein. Also, der Room... Diese Musik ist total scary. Also der Room da unten, der hat jetzt funktioniert. Ähm, das habe ich hinbekommen. Nur der hier oben, der funktioniert immer noch nicht, was ich echt scheiße finde. Es ist schade. Naja, deswegen gehen wir mal weiter. Scary Noises. Ich habe das Gefühl, das haben wir schon gespielt. Oder so. Egal, wir gehen einfach mal weiter und nehmen mal das Letzte. Mal schauen, was uns das sagt. Was ist hier dabei? Wie heißt das? Nein, nein, nein. Tunnel Vision? Nö, wir sind heute wählerisch. Echoes of the Past. Mhm. Challenge. Hört sich interessant an. Funny Place. Hehe. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Amnesia gespielt, deswegen bin ich eher auf was Lustiges aus. Ich denke mir, ihr könnt das verstehen. Und die Ars geht los. Ich trinke vorher noch was. Wir haben kein Öl. Der ist so richtig langsam. Yo, scare me. Ich habe ein Licht angemacht. Ich kann nicht. Yep. Wieso sind wir so klein? Lol. Da will uns doch jemand Heftigst verarschen, oder? Wir können doch nicht immer mehr Stühle hochheben. Was soll denn die Kacke? Noch nichts können wir aufmachen. Was ist das denn? Wir können auch hier... Wir können unter den Tisch. Gut, wir sind auch echt klein. Hä? The fuck? Okay, egal. Och, plötzlich sind wir auf... Sind wir größer? Lol. Scary. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Der macht so komische kleine Tippelschritte. Da offen, okay. Da einfach nur durchsand. Irgendwas komisches, das leuchtet. Ich gehe in die Richtung. Oh. Der ist bestimmt hier im Schrank, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich kann den nicht öffnen. Ich habe kein Licht, verdammt. Ich kann die Dings nicht öffnen. Ich glaube, irgendwo ist das hinter mir. Ich laufe einfach. Oh Gott. Ich habe so Gänsehaut, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh Gott, wie awesome. Yikes. Ey, wie geil ist das denn? Als sich mal jemand richtig Gedanken macht. Wie cool. Hey, Leute. Danke fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Part. Ja, ich mache jetzt echt Ende, denn... Ich mache einfach nur immer eine Kamera und... Fertig. Ich würde dir am liebsten nochmal spielen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.